So, hallo. Wir machen weiter bei Fortnite. Jetzt müsste, wenn ich alles richtig getimt habe, müssten alle Dragon Ball Aufträge vorhanden sein, sodass wir auch die letzten noch angehen können. Es sollte also... Ah, wir haben noch keine... Ach, gucke mal, wir haben das schon voll hier. Das heißt, man braucht gar nicht alle Aufträge, sondern es reicht eine Anzahl davon. Dann kriegt man das hier schon voll. Und für den letzten Dragon Ball muss man jetzt halt drei Aufträge aus dem letzten Abschnitt machen. Also man müsste gar nicht alles machen, aber ich bin halt so ein... Ja, ich bin halt so ein Completionist. Ich will immer ganz gerne alles haben. Ich weiß auch nicht, warum. So, wir müssen noch Kyumu anmachen, habe ich gehört. Wo ist denn mein Kyumu? Warum ist da nichts? Kyumu? 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 Da bist du. Ah, perfekt. Okay. So, also dann gucken wir mal jetzt in die Aufträge rein. Ja, genau. Man kriegt die Dragon Ball... Ach so. Ah, ich verstehe. Und für alle Dragon Balls gibt es dann den Drachen. Okay. I see, I see, I see, I see, I see. So. Genau, und da sind unsere letzten Aufträge. Also. Stell die Kondition wieder her, während du dich in einem Zelt... Okay, wir müssen in dein Zelt. Alles klar. Gut zu wissen. Wärme dich an einem Lagerfeuer. Okay, ja. Ganz normal, klassische Stings. Geht in Ordnung. Gehe beim Blattgriff, beim mächtigen Monument und beim Loot Lake lande Platz angeln. Okay. Muss man nicht in einer Runde machen scheinbar, sondern man muss nur grundsätzlich hier mal geangelt haben. Ist in Ordnung. Kriegen wir hin. Stelle mit einem Fisch oder mit Fleisch während oder nach einem Versus Battle... Okay. Kriegen wir auch hin. Kriegen wir auch hin. Nutze eine Angel, um... Beute, Hai, Wasser, Shizu... Kann man den Hai angeln? Angeln? Okay, das kenne ich noch nicht. Okay, das müssen wir ausprobieren, I guess. Gut, aber es reichen sozusagen drei davon. Äh, drei... Drei Aufträge davon reichen und dann hätten wir den letzten Dragon Ball. Also wenn die anderen Sachen nicht so, dann müssen die jetzt auch nicht sein. Denn ich habe literally nichts davon. Ich habe nichts mehr davon. Ich brauche die XP nicht mehr. Ich brauche die Blitze nicht mehr. Es ist hier alles voll. Mein Stärkelevel ist sozusagen... Da, wo es sein muss. Mehr braucht man nicht. Okay. Gut zu wissen. Sehr gut zu wissen. Und dann gibt es hier nur noch Schrottrisskillen. Ist auch aber... Doch, das brauchen wir noch. Deswegen. Deswegen. Hier fehlt noch eins. Okay, den Schrottriss müssen wir noch mitnehmen. Gut. Ja, dann aber let's go. Wir sehen uns gleich wieder. So. Zehn Sekunden und dann geht es auch schon los. Okay. Wir müssen angeln gehen, habe ich ja gelesen. Oh Gott, wo war das nochmal? Ich glaube, der fliegt genau drüber, wo wir angeln gehen müssen. Moment, 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 Moment. Ich bin nicht so schnell. Ja. Dann gehen wir doch... Okay, wir gehen gleich mal da angeln. Wir machen gleich mal das Äußerste. Wir machen gleich mal das Äußerste hier. Da sollten wir auch Ruhe haben. Ich denke, das ist ein relativ chilliger Ort zum Angeln. Abflug. Dann kann ich den auch gleich wieder wegmachen, den Punkt. So. Ja, da ist auch ein Angelhäuschen. Dann ist ja auch was zum Angeln. Ja. Kann man auf jeden Fall gut angeln. Haben wir noch jemanden um uns? Nee, ne? Wir sind hier ganz allein. Wunderbar. Ach, da waren wir sogar noch nie. Interessant. So. Uh. Den nehmen wir doch gleich mal zu uns. So. Oh, da kann man gleich weiter leveln. Äh, leveln halt hier Dings, weißt du schon. Machen wir das erstmal schnell. Da sind ganz viele Angelplätze. Jetzt brauchen wir nur noch eine Angel. Äh, normalerweise ist bei so einem Haus immer so ein Fass mit so einem Angelding. Gerade sehe ich noch keins. Ich werde doch wohl nicht jetzt noch Pech haben. Hier ist kein Fass mit einer Angel. Hier sind überall Fische, aber kein Fass mit einer Angel. Wollte... Da! Oh mein Gott. Okay, sehr gut. Okay, ist eine gewöhnliche Angel, aber es ist ja wurscht. Ich muss ja nur einmal angeln. Prima. So. Dann muss ich eh einen Fisch mal mitnehmen. Ähm, aber die Angel auch. Die Säge können wir hier lassen. Okay. Dann müssen wir als nächstes hier hin. Kriegen wir hin. Oder fahren wir einfach mit dem Boot, würde ich sagen, ne? Da fahren wir einfach mit dem Boot. Aber vorher... Vorher räumen wir hier noch erst ein bisschen ab. Oha! Was haben wir denn hier alles für Angeln jetzt? Keine. Gewöhnlich, gewöhnlich. Okay, alles gewöhnlich. Also nicht weiter interessant. Uh, zwei Stück gleich. Sehr gut. Wir sind also gleich voll mit uns sammeln. Sehr gut. Oh! DMR. Ersetzen wir mal hier. So. Munition. Was ist das? Ach, das ist wieder so ein Gimmick, ne? Ja, ja. Das ist wieder so ein Gimmick-Fiech. Die einfach mal so auftauchen. Vollkommen random. Okay. Wir werden aber natürlich, wenn wir was finden auf dem Weg, zum Beispiel hier, kurz mal die Kiste mit ausäubern. Könnt ja was brauchbares drin sein. Jo. Dann machen wir das mal so. Wobei, das Salvengewehr ist ja fast wie die DMR, ne? Ich denke, dann lassen wir die DMR einfach hier. Und machen das so. Ich glaube, so ist das schlauer. Da ist noch eine. Okay. Ja, jetzt, okay. Jetzt können wir das ersetzen. Jetzt können wir das so machen. Ein Schrottriss wäre jetzt auch noch am Start. Wenn wir jetzt... Okay, wenn wir auf die Schnelle einen Wolf sehen, würde ich versuchen, mit dem Schrottriss mal den Wolf zu killen. Aber ich glaube, ich hier... Na, ich glaube, die Wölfe sind eher da drüben. Aber bin mir nicht sicher. Na, hier so auf die Schnelle sehe ich keinen. Da drüben ist so ein Ding. Einen Wolf sehe ich spontan nicht. Hmm... Wir nehmen trotzdem mal den Schrottriss mit. Anstelle... Ja, wir können... Wir können die Angler jederzeit kurz uns eine holen. Wir machen es mal so. Angeln können wir ja immer da, wo wir angeln wollen. Da gibt es ja auch Angeln. Oh, hier hört es auf. Das hört hier einfach auf. Oh, das ist schlecht. Ja, dann muss ich eh jetzt anders weitermachen. Okay, das ist nicht ganz, wie ich mir das vorgestellt habe. Hatte. Ja, dann ist egal. Dann haben wir vielleicht jetzt auch nur hier geangelt und kommen... Da drüben ist ein Wolf. Okay, scheiß drauf. Scheiß drauf, wir machen das jetzt so. Das trifft halt nicht ihn so auf die ganze Weise, ne? Okay, das killt ihn auch gar nicht sofort. Ah, das ist jetzt ärgerlich. Okay, das killt ihn halt gar nicht sofort. Ja, gut. Oh, das ist jetzt auch ärgerlich. Das ist jetzt alles ganz schlecht gelaufen hier. Muss ich gestehen. Aber... Ich kann hier kurz mal ein Dings annehmen. Gott, der ist immer noch am Start. Und wenn wir jetzt nämlich bei genug verlorener Energie sind, kann ich mir einfach so einen Fisch snacken und dann habe ich die Mission mit dem Fisch auch erledigt. Auch wenn das jetzt nicht so ganz die sinnvollste Reihenfolge ist. Alter, der ist immer noch hier. So, jetzt sind wir bei 50. Ich glaube, 50 waren es auch, die ich hochheilen muss, ne? Ich glaube, ich muss 50 hochheilen. Oh, Mist. Aber zählt es jetzt schon, als dass ich... Ich habe noch keinen Gegner. Zählt es jetzt schon? Vor oder während eines Matches? Ich glaube, das geht jetzt schief. Ich glaube, das geht jetzt böse, böse schief. Das zählt noch nicht als Match, ne? Das hat noch nicht angenommen. Der hat es noch nicht angenommen. Das ist ganz schlecht jetzt. Oh, der hat das Match noch nicht angenommen. Vielleicht nimmt er das Match noch an, aber der nimmt das Match nicht an. Das ist ganz schlecht. Jetzt. Okay, jetzt kann ich den Fisch essen. Oh, 40 von 200. Das war gar nicht mal so viel. Scheiße. Ha! Ich habe mit mehr gerechnet. Huch. Ich habe mit deutlich mehr gerechnet, muss ich gestehen. Ja, Levelaufstieg ist jetzt auch nicht so interessant. Okay, wenn ich jetzt die Angel noch dabei hätte, scheiße. Fingen wir irgendwo auf die Schnelle eine neue Angel her. Dann könnte ich hier weiter fischen. Oh, das habe ich jetzt mal so viel. Das habe ich blöd gemacht. Das habe ich richtig blöd gemacht. Aber ich habe jetzt gelernt, ein Schrottriss reicht nicht aus, um die Figur zu killen. Äh, die Figur. Um den Wolf den Gegend zu killen. So, hier sind aber auch immer Fische drin. Genau, sehr gut. Dann können wir jetzt nämlich trotzdem... Gehen wir jetzt mal nicht auf den Keks, mein Freund. Wo sind da andere Fische hin? Nein, sind doch nicht immer zwei Fische drin? Ach, du Scheiße. Ach ja, Fleisch zählt ja auch, ne? Fleisch hieß es ja, zählt auch. Nicht nur Fisch, Fleisch zählt auch. Wo ist der Fisch hin? Jetzt ist der Fisch auch weg. Ich bin verwirrt. Okay, aber solange wir noch im Battle sind und Fleisch auch zählt... Machen wir es mal so. Das ist zwar jetzt ein bisschen albern, aber egal. So. Okay. Fahren wir erst mal da wieder raus. Klappe. Wenn ich weit genug unten bin, kann ich noch mal... Äh, Dings... Noch mal Futter futtern. Da ist noch mehr Fleisch. Dann futter ich hier gleich mal kurz ein Stück. Dann kann ich das mitnehmen. Oh, das sind zwei Fleisch. Dann futter ich noch ein bisschen mehr Fleisch. Dass ich hier auf jeden Fall alle mitnehmen kann. Also es wird halt nicht rei... Scheiße. Ziel abgefahren. Ach, Mist. Gehe ich hier noch irgendwo so eine Tafel in der Nähe? Oh, wo fahre ich denn eigentlich hin? Oh, ich bin völlig falsch. Oh, da drüben ist so ein Feld. Dann nehmen wir gleich da den nächsten Auftrag an. Ja, genau da nämlich. Ah, wir kriegen gleich den nächsten. Sehr gut. Dann kann ich jetzt nämlich weiter Fleisch essen. Und kann hier weiter die Mission machen. So. Jetzt müsste ich den Rest mit Fischis zum Beispiel noch machen können. Ja, wenn wir jetzt aber da drüben gleich angeln könnten... Boah. Ja, wenn wir jetzt hier drüben gleich angeln könnten... Dann wäre das sogar... Gar nicht mal so schlecht. Yes, hier kann ich nämlich angeln. Dann habe ich die Mission auch gleich mit drin. Sehr gut. Oh, kann ich jetzt vielleicht sogar den Hai angeln? Da war doch was. Nee, das so wird es nix. Ja, das ist nur Munition. Die juckt mich weiter. Ja, Ziel abgefangen oder Gegner eliminiert. Okay, schade. Okay, lass mal versuchen mit dem Hai das zu machen. Das muss ja irgendwie mit dem Hai gehen, wenn es heißt. Udi? Er reagiert da gar nicht drauf, ne? Was ist das jetzt für ein Fisch? Ach so, ein Nullpunkt Fisch. Ja, das ist zwar ein guter Fisch. Aber nicht, was ich jetzt brauche. Da vorne doch, da vorne wäre wieder so ein Ding. Yes! Es funktioniert! Oh mein Gott, das wusste ich noch gar nicht, dass man das machen kann. Das ist ja lustig. Ähm. Oha. Wollte jetzt eigentlich gar nicht gegen dich kämpfen. Das ist jetzt nicht so gut. Das kann ich doch gleich ausnutzen, wenn wir schon hier sind. Ja, stark. So, lass mich mal schnell eine Mission hier wieder aufnehmen, Freunde. Dann kann ich nämlich den Fisch hier essen. Aber wir haben noch keinen Battle. Wir haben noch keinen Versus-Gegner. Das ist natürlich ärgerlich. Das ist an der Stelle natürlich etwas ärgerlich. Aber solange wir keinen Battle-Gegner haben. Oh mein Gott. Oh doch, das zählt. Das hat gezählt. Optimal. Optimal. Das hat einfach gezählt. Wunderbar. Ja, was will ich denn mehr? Okay, dann können wir jetzt die Angel eigentlich auch hergeben, weil alles andere hat mit der Angel nichts zu tun. Da oben. Wo ist er? Okay, die bekämpfen sich da drüben, aber ich meine, da geht gleich die Zone zu. Die müssen gleich von da irgendwo kommen. Okay. Weil hier geht alles zu jetzt. Ja, da ist er. Treffer. Es geht bis hier ran, das Ding. Oh, und da drüben geht's weiter. Okay, das ist schlecht. Da auf der Insel wird sich gleich alles einbinden. Puh. Also ich den nicht treffe hinter seinem Scheißding, ne? Yes! Feiges Busversteck. Busversteck. Ab ins Haus. Leider keine gute, keine Opti... Oh, das ist gar nicht so ganz alles hier. Das ist nur so ein bisschen. Oh shit. Das gibt's doch nicht. Okay. Macht euch mal ein Tier. Oh, die Tiere sind gerade übelst. Oh nein, es ist nur noch einer übrig mit mir. Es ist nur noch einer mit mir übrig. Das ist der Typ da drüben. Alter, Tier. Alter. Nicht jetzt. Wir könnten gerade gewinnen. Wir könnten gerade gewinnen. Der hat ne Chinuchun. Kann der auch Kamehameha oder was ist hier los? Oh Gott, ich bin hier ganz ungünstig. Ich bin hier ganz ungünstig. Wo ist der Typ? Shit. Alter, wir haben's fast. Wir haben's fast. Ich darf jetzt nur nicht komplette Scheiße bauen. Oh mein Gott. Okay, der hat ordentlich... Ja, das hat ordentlich gerumst. Schade. Ist in Ordnung. Ist in Ordnung. Boah. Aber wir hätten fast wieder den epischen Sieg gehabt. Ist okay. Ist okay. Dafür, dass wir die ganze Mission eigentlich fast nur genutzt haben, um Aufträge zu machen, ist das voll in Ordnung. Eieieiei. So. Okay, einen Ort müssen wir jetzt noch angeln. Dann haben wir die Angelgeschichte auch durch. So. Erst starten die Aufnahme. Äh, nicht starten, aber weitermachen die Aufnahme. Dann hier. Und dann darüber segeln. Wir müssen hier noch kurz angeln. Dann haben wir alles mit Angeln erledigt. Das ging schneller, als ich dachte. Muss ich gestehen. Finde ich gut. Aber wir trennen nur gerade die Augen so ein bisschen. Aber ist gleich wieder besser. So, jetzt weiß ich nur nicht, ist auf der Zwischeninsel sind da auch so Angle... ...Eimer. Fässer. Nicht, es ist kein Eimer, es ist ein Fass. Ja, da unten. Okay, perfekt. Genau das brauchen wir. Genau das brauchen wir. Dann gehen wir ganz kurz hier rein, dass wir uns einmal ausrüsten, für den Fall, dass wir angegriffen werden. Genau. Und dann gehen wir ganz kurz angeln. Lass mich ganz schnell angeln, mein Freund. Please. Das hat noch nicht gezählt. Scheiße. Das hat auch nicht gezählt. Wo ist das mit dem Angeln? Muss ich das nicht hier machen? Ja, das ist doch genau hier. Das ist ein spezieller Ort nochmal. Oh Mann. Rennt ihr mir jetzt hinterher, ja? Okay, mein Freund. Ich friss meine Dose. Wirst du jetzt wirklich, dass wir hier uns duellieren, ja? Chat. Ja, damit ziehst du halt den Kürzeren, aber du wolltest es nicht anders. Ah, meine Nerven. Dann muss ich hier wahrscheinlich angeln. Aber hier ist jetzt auch kein Zeug. Vielleicht reicht es ja. Vielleicht muss ich nicht... Muss ich in so einem speziellen Loch angeln oder einfach nur an dem Ort? Das hat gereicht. Sehr schön. Wunderbar. Damit haben wir das auch. Gut. Müssen wir noch Aufträge annehmen? Ja, müssen wir noch annehmen. Dann gehen wir da gleich rein. Zack. Also, müssen wir nicht mehr. Aber... Oh, wir haben die Dragballs zusammen. Guck mal da. Neu Hängegleiter Shenlong. Nice. Okay, wir haben alles zusammen. Ab jetzt ist nur noch Bonus. Ab jetzt ist es kein Muss mehr. Das heißt, was wir jetzt noch verfolgen müssen, ist die Geschichte mit dem Riss. Wer denn jetzt? Wo denn jetzt? Da drüben irgendeiner oder was? Jo, äh, ciao. Dann hau ich nochmal ab. Ich wollte ja eh nicht hier drüben sein. Und es hat gerade einfach super zur Musik gepasst, zu dem Lied hier abzuhauen. Das hat gerade super gepasst. Wenn ihr mal zurückspult und mal schaut, wann genau ich in diesen Riss gegangen bin, das hat einfach super gepasst. So. Okay. Äh, nein. Die behalten wir. So rum. Okay. Portstechnisch sind wir ganz gut. Oh, der ist gleich da drüben. Schädig. Nicht, dass wir es machen müssten, aber, ne? So, aber genau. Das ist jetzt das Wichtige noch. Gegner, es ist einfach nur ein Gegner mit einem Schrottriss. Wir wissen, es geht grundsätzlich mit Tieren. Aber wir müssen aufpassen, dass es funktioniert. So, wollen wir den mal jagen? Wollen wir mal ein bisschen... Oh, das war nicht so klug. Aber die Angel können wir jetzt auch abgeben. So, jagen wir den Typen mal. Jetzt ist er weg. In welche Richtung ist denn der jetzt hin? Nee, okay, da ist ein bisschen arg weit weg. Entweder der hatte ein Auto oder ich weiß es nicht. Aber der hat sich ganz schön schnell bewegt. Ja gut, dann lasst uns doch einfach mal... Komm, dann holen wir uns die Kapsel. Warum nicht? Lol, da ist der wieder, der Kollege. Ist es der gleiche? Weiß ich gar nicht. Glaub nicht. Vor allem, wie viel hält der aus? Wie? Was sagt der zu nem Kamehameha eigentlich? Ach, jetzt ist er wieder abgehauen, ne? Nee, er ist noch am Start. Die Frage ist, ob ich den mit nem Kamehameha... Okay, ja, mit nem Kamehameha kann ich den einfach komplett erledigen. Chillig. Okay, cool. Wo ist mein anderes Kamehameha hin? Da. Das war es nicht. Scheiße. Die will mein Kamehameha... Ach Mist. Das war bescheuert. Okay, das war richtig bescheuert. Aber ist egal. Ich war nicht... Ich war jetzt nicht wirklich konzentriert auf... Scheiß drauf. Ist egal. Ist egal. Ich war einfach nicht konzentriert. Reicht aber auch, weil wir haben... Wir haben es erreicht. Wir haben erreicht, was wir wollten für die Runde. Wir haben alle Dragon Balls. Und damit haben wir auch den Drachen bekommen. Da ist er. Da ist er. Das war's. Das waren die Dragon Ball Aufträge. Ich meine, es sind noch ein paar übrig, aber die bringen mir nichts mehr. Also, wirklich gar nichts mehr. So, ich könnte sie noch zu Ende machen. Aber es ist... Es ist einfach nur unnütz. Unnötig. So, wir haben hier alles. Das war's. Sehr schön. Da haben wir alle Dragon Balls vollständig. Deswegen haben wir den Drachen bekommen. Das ist, was wir gerade bekommen haben. Wunderbar. Okay. Dann... Können wir hier abschließen. In einem Tag, 14 Stunden, also in gut zwei Tagen, sollte ich wieder aufnehmen. Da gibt's die letzten gute Vibes Aufträge. Dann ist auch das durch. Dann ist auch das durch. Und dann scheint sich die Season hier dem Ende zu neigen. Zu zu neigen. Das ist in Ordnung. Das ist in Ordnung. XP haben wir alles vollständig. Hier noch den Riss. Den Riss müssen wir noch erledigen. Und dann kommen ja nochmal Woche 12 Aufträge. So, die sind in drei Tagen 14 Stunden da. Aber an sich reicht das jetzt. Ich hab genug aufgenommen. Passt. Weil einfach nur eine Runde aufnehmen für nix, da sehe ich mich nicht. Man könnte natürlich jetzt wieder in Kreativmodus gehen und ganz viele Minispiele spielen. Aber auch da sehe ich mich jetzt irgendwie nicht so. Und das wollen auch nicht so viele sehen. Und insofern müssen wir jetzt nicht die Fortnite-Parts unbedingt in die Länge strecken. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und sage Tschüss.